Wenn das Jugendamt mit einem Inobhutname droht, wenn ihr nicht unterschreibt, dann ist in der Regel eine Inobhutname bereits unzulässig. Warum, erkläre ich euch in diesem Video. Wunderschönen guten Tag, willkommen auf Familienrecht bei Michael Langhans. Mein Name ist Michael Langhans und dies ist mein Videokanal. Viele Eltern schildern mir in meiner regelmäßigen Beratungssituation immer wieder Situationen wie folgt, wenn du nicht zum Clearing kommst, wenn du nicht der Inobhutname zustimmst, wenn du dies oder jenes nicht machst, dann werden wir eine Inobhutname durchführen und zum Familienrecht gehen. Diese Drohung hat oftmals sehr viel Wirkung. Eltern lassen sich natürlich mit dem Wohl ihrer Kinder schnell beeinflussen und unter Druck setzen. Doch es ist falsch, denn immer dann, wenn das Jugendamt mit einer Inobhutname, also einer verwaltungsrechtlichen Herausnahme nach 8a in Verbindung mit 42 SGB Römisch 8 droht, hätte es ja die Zeit gehabt, statt zu drohen, auch bereits das Familiengericht anzurufen. Und wenn man Zeit hat, das Familiengericht anzurufen, dann gibt es keinen Grund mehr, verwaltungsrechtlich vorzugehen, denn nur dann, wenn man sofort tätig werden müsste und nicht mehr rechtzeitig das Familiengericht anrufen kann, ist eine solche Herausnahmesituation als in Obhutname zulässig. Wer droht, darf also gar nicht mehr herausnehmen, um das auf diesen kurzen Nenner zu bringen, das möchte ich euch sagen, das könnt ihr jedem Jugendamtsmitarbeiter sagen, die werden überrascht sein, die haben damit ein Riesenproblem, auch in der Argumentation des Sofortvollzuges. Lasst euch da also nicht unter Druck setzen. Jeder hat das Recht, sich bei jeder rechtlichen drohenden Maßnahme auch juristisch beraten zu lassen. Wer etwas anderes behauptet, der hat nichts Gutes und vor allem nichts Legales im Sinn. Wie man sich dann gegen eine solche Drohung weiter wehren kann, das erkläre ich euch im nächsten Video.